Am Mittwochabend hat sich auf der B29 zwischen Weiblingen und Schorndorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es kam ein Renault Twingo von der Fahrbahn ab nach rechts. Das Fahrzeug hat vermutlich noch ein anderes Fahrzeug überholt. Es kam dann aus ein bisschen ungeklärt der Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und war dort gegen den Fahrzeug nach oben. Der 21-jährige Fahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Weinstadt ist heute am Abend um 20.04 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B29 in Fahrtrichtung Schorndorf alarmiert worden. Dort vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar. Es war ein einzelner kleiner Pkw, der hier von der Fahrbahn abgekommen war und gegen einen Baum geprallt war. Es waren zwei Personen zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften, sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort gemeinsam mit dem Rettungsdienst, mit vier Einsatzfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr Weinstadt hat dann mittels hydraulischer Rettungsgeräte die Rettung der beiden verunfallten Personen eingeleitet. Beide Personen waren eingeklemmt und wurden mittels hydraulischer Rettungsgeräte befreit. Dabei hat man sich für eine patientenorientierte Rettung in Absprache mit dem Rettungsdienst entschieden und das hat die entsprechende Zeit gebraucht. Die Feuerwehr Weinstadt hat hier ausgeleuchtet, zum einen die Einsatzstelle, damit die Einsatzkräfte hier arbeiten können. Zum anderen wurde die Windesstraße ausgeleuchtet, damit der Rettungshubschrauber hier landen kann. Wir sind hier vorgerufen worden zum tödlichen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug hat sich um einen Baum gewickelt. Wir haben das Fahrzeug mit der Seilwinde vom Baum weggezogen, den Motor vom Fahrzeug getrennt und entsprechend dann aufgeladen. Der ist ziemlich zerstört, aber solche Unfälle kommen leider recht oft vor zu dieser Jahreszeit und für uns ist es Routine.